Derzeit herrscht bei Lehrlingen Verunsicherung, was Sie beim Punkt Berufsschulbesuch beachten müssen. Die sind ja auch von der Schulschließung betroffen. Wie sieht es da konkret aus? Seit dem 16. März 2020 sind die Berufsschulen zu. Und zwar vorläufig bis zum Ende der Osterferien. Aber es bedeutet nicht, dass es sich dabei um Freizeit handelt. Der Unterricht hat sich nur verändert. Er findet nicht am Schulstandort statt, sondern die Lehrlinge müssen eigenverantwortlich von zu Hause aus lernen. Die Lehrkräfte unterstützen sie dabei digital. Die Lehrlinge erhalten Arbeits- und Lerninhalte von der Berufsschule. Bereits erworbene Lerninhalte sollen so gefestigt und vertieft werden. Gibt es Ausnahmen? Die gibt es. Ausgenommen von dieser Regelung sind einzelne Lehrberufe im Einzelhandel, Großhandel, bei den Drogisten, pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten und so weiter. Für sie wird aus zwingenden und im öffentlichen Interesse stehenden Gründen die Zeit vorerst bis zum 3. April 2020 für schulfrei erklärt, damit sie in den Betrieben arbeiten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017